Das ist ein E-Gonenal-Management. Fertig! 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 Wie ist die Trainer? Wir haben einen besten Spieler heute vorhin. Der kann jetzt für 3 Monate nicht spielen. Kein Problem, ich bekomme ein guter Spieler. Er kommt morgen, in den du bist. Sehr gut dir. Sehr gut. Das ist ein neues Spiel. Er ist besichtbar, wo hat er gestern geglaubt? Er kommt ein neuer Spieler. Werder? Ich meine... Okay, Appell. Glaubt? Was kommt nicht auf? Er ist Gussspieler, weil er spielt seit lange. Er hat in einem großen Verein gespielt. Ich habe gedacht, du findest mir Gussspieler. Was findest du hier? Hast du ihn hier einfach gesehen, wie er spielt? Nein. Ich darf einfach schauen. Auf die. Zeigen. Sehr gut. Zeig dir den Besten, ja? Ich glaube auch nicht. Was hältst du da? Hast du jetzt gesehen, wer spielt? Gefällt dir, oder? Ich bin ein bisschen überzeugend. Du willst einfach sehen, wer in einem Match spielt. Wir haben jetzt ein Match. Ab die Spieltouren mit uns. Und du willst jetzt sehen, wer jetzt hier spielt. Passt? Passt. Entschuldigung. Cut. Okay. Moin. Gut! Gut! Untertitelung des ZDF, 2020